Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA, mein Name Andreas. In dieser Folge machen wir die Autosuche und hier schon das erste Auto, der Admiral. Und ich bin jetzt da hin. Das findet man hier hinten, also hier findet man das, hier findet man den Admiral. Und den bringen wir jetzt zu dem Kran. Ich habe auch schon einen Anruf gesehen, bin leider dran gegangen. Wir können ab sofort jetzt auch Autorennen machen, Freunde. Also hier haben wir das erste Auto. Jetzt kommen wir zurück nach San Fierro, bringen die Lieferliste ab. Sekunde mal, wo haben wir das nächste? Der nächste ist der Buffalo. Ok. Ok. Ich mach das jetzt eigentlich nur für euch, Freunde. Die Autosuche. Ich krieg mal kurz zum Schluck. Wie gesagt, in der letzten Folge haben wir den Flughafen gekauft. Da geht es dann in der nächsten Folge weiter. Oder wir machen in der nächsten Folge die Autorennen. Das wird wahrscheinlich auch dran kommen, dass wir die Autorennen in das Sandhaus machen. Ja, also freut euch jetzt erstmal nur auf Nebenmissionen. Ja, ich will jetzt so schnell wie möglich die Nebenmissionen abhaken. Weil die halten so auf. Die Autosuche zum Beispiel, das dauert ewig. Weil wir jetzt nicht ganz Sandanreal fahren. Ich bin so ein Kackautos, ey. Also den Renekon filmt man schnell. Also den Renekon filmt man schnell. Weil ich kann halt schlecht schneiden, Freunde. Das ist halt das Problem. Für den kriegen wir jetzt 35.000 Dollar. Das ist ja schon fast 35.000 Dollar. Aber wir gehen jetzt für die Liste, wenn wir die komplett jetzt machen, 50.000 Dollar. Ich will jetzt gleich gucken, wo die Schiene abgeht. Ja, die müssen wir folgen. Jetzt, wo gleich die Schiene abgeht. Also die Abweigerung auf der Schiene. Also der ist schneller als der Ranger, den ich gesehen hatte. Rad mit Aal. Und als weiter auf der Schiene. Und als weiter auf der Schiene. Ja, hier ist er. Ja, hier ist der Auto Nummer 1. Ja, hier ist der Auto Nummer 1. Ja, hier ist der Auto Nummer 1. Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020 Und abgeschlossen Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020